Wer die Krönungswelle nicht kennt, die Krönungswelle krönt alle Menschen mit einer Krone für das bedingungslose Grundeinkommen, damit man sich eben von König zu König auf Augenhöhe begegnet. Alle sind, was das Grundeinkommen anlangt, gleich und darüber hinaus jeder verschieden, Gott sei Dank, wie er ist. Und wir machen jetzt auch direkt ein Lied zum Grundeinkommen. Freiheit Wenn ich das, was wirklich zählt, mit dem Blödsinn wäre schluss, hätte ich für die Lieder wichtig, was wir brauchen, statt dem Geld. Ja, ich glaube, das wär richtig. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Stell dir vor, du wärst im Leben. Frei. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Kommen für die Welt. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Du könntest eine Kommen für die Welt. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Du wolltest es nicht mehr. Du wolltest ein Kommen für die Welt. Denn da wird sich keiner binden, könnte es schaffen oder nicht. Wer sie die Arbeit hat, verdienen sie für uns das Geld. Und ich kaufe dir schöne Sachen, und ein Kommen für die Welt. Und ein Kommen für die Welt. Ich würd alles besser machen, was ich tue, ganz im Rund. Und ich würd noch hinterlachen, auf dir lachen ich dann. Was ich schaffe, würd ich schaffen, für dich für mich und auch für Geld. Doch ich werd nie mehr zu haben, und ein Kommen für die Welt. Du hast ein Kommen für die Welt. Und alles zusammen in Kärle, ja. Stell dir vor, du wärst im Leben, du brauchst ja noch ein Wackerei. Könnte es dir ein Dank geben, was du willst, denn du wärst frei. Frei, 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 frei. Dass ich mich der Welt befassen, oder einfach nur aufruf. Sag, was würdest du dann lassen? Und was würdest du dann tun? Sag, was würdest du dann tun? стар, wie der Welt ist eine Wackerei. Sag, was würdest du dich schhar Das ist Phillips, wenn die Welt befassen, oder einfach nur aufrufen. Und das ist die Zeit, wie der Welt befassen, oder wenn du dich, sogar schon aufruf. Vielen Dank.